Wunderschönen guten Morgen und Happy Weekend wünschen wir euch. Was ist heute? Samstag? Samstag, wir sind noch ein bisschen verschlafen und gehen jetzt erstmal frühstücken. Oh, ich schlafe in dem Bett wie ein Baby. Also es ist, glaube ich, auch irgendwie das Raumklima vielleicht, die Luftfeuchtigkeit, die Kühle. Alles. Alles, also ich schlafe so gut. Wir haben auch schon gemeint, ich glaube, wir haben noch nie in einem Hotelzimmer so gut geschlafen wie hier. Können wir das Bett auch mitnehmen vielleicht. Können wir einfach alles von hier mitnehmen vielleicht. Können wir das Bett auch mitnehmen. Wenn ich hier gerade am Pool entspannt und im Chill-Mode ist, bin ich hier gerade in der Stadt, laufe die Stadtmauer entlang und versuche hier irgendwie reinzukommen und genieße die Aussicht. Oh mein Gott, das sieht schon sehr, sehr cool aus. Und dann mache ich einen kleinen Stadtbummel, gucke mir nochmal die Stadt an und zeige euch ein bisschen was natürlich. Oh mein Gott, ich habe so einen schönen Aussichtspunkt gefunden. Schau dir das mal an. Wow. Sieht schon echt sehr, sehr nice aus. Die Weitsicht. Nein, Güte. Schön. Wir sind wieder vereint. Und genießen jetzt dann gleich das Abendessen. Oh, ich habe schon so Hunger. Ich auch. Heute haben wir ja nicht Mittag wirklich was gegessen. Haben wir eigentlich schon. Dass man die Blume von der Zucchini essen kann tatsächlich. Dass es sowas überhaupt gibt. Und es hat richtig gut geschmeckt. Und ja. Ich bin gespannt, was es heute gibt. Ich auch. Und wir fühlen uns auch hier total wohleinfach. Wir haben schon gemeint, das ist wie so ein kleines Jugendzeltlager. Weil man auch, also so die Gäste alle voll kennenlernen. Wir verstehen uns voll gut. Es sind auch voll viele Deutsche hier und ja, mit ähnlichen Interessen. Also, macht Spaß auf jeden Fall. Vielen Dank.